Franz Hogenberg war ein Kupferstecher und Radierer, der 1572 zusammen mit Georg Braun das Städteansichten Buchsivitatis Orbis Terrarum herausgab. Werdegang Franz Hogenberg war eines von drei Kindern des Johann Nikolaus Hogenberg und der Jean Verstreten. Franz Hogenberg heiratete in Mecheln Katharina von Böhnen, die zwei Kinder hatten. Nach seiner eigenen Aussage lebte er als Glaubensflüchtling seit 1564 in Köln, wurde dort mit seiner zweiten Gemahlin Agnes Hogenberg-Loma wegen der heimlichen Teilnahme an einem reformierten Gottesdienst 1579 verhaftet, blieb jedoch seiner Wahlheimer treu. Er lebte zeitweise auch in Antwerpen, London und Hamburg, Civitatis Orbis Terrarum. Im Jahre 1570 hatte der Niederländer Abraham Ortelius seinen berühmten Weltatlas-Theatrum Orbis Terrarum veröffentlicht, der erste seiner Art. Schäffold übersetzte den Titel mit Beschreibung und Kontraffektche Der vornehmste steht der Welt. Der Atlas war ein großer Erfolg und deshalb wohl Anreiz für die Edition des Civitatis Orbis Terrarum, die in Größe und Gestaltung dem Weltatlas von Ortelius recht ähnlich aufgemacht und wohl auch als eine Ergänzung gedacht waren. Das Druckwerk Civitatis Orbis Terrarum umfasst über 600 wirklichkeitsnahe Stadtansichten und Stadtpläne mit einem Gesamtumfang von ca. 1600 Seiten im Format 280 x 410 mm. Sie wurden in sechs Bänden zwischen 1572 und 1618 herausgegeben und zeigten alle größeren Städte in Europa, Afrika, Asien und sogar in Amerika. Als Verleger fungierte Georg Braun ein Theologe, der von 1541 bis 1622 lebte. Franz Hogenberg war der Graveur für die ersten vier Bände. Er schuf schon zuvor verschiedene Landkarten für Abraham Ortelius. Der fünf und sechs Bände wurden von Simon van den Neuvel erstellt. Für unser Wissen über mittelalterliche Stadtstrukturen vor den immensen Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges und barocker Umbauten sind diese Stiche von Hogenberg einzigartig. Zur Detailfülle von Stadt und Landschaft tritt die reich ausgestattete Staffage, Fuhrwerke, Schiffe, zeitgenössische Trachten sowie jeweils zahlreiche Genreszenen, dekorative Wappen und Einzelaufrisse kommen hinzu. Die Platten kamen später in den Besitz des Kartenherstellers Jan Jansson aus Holland. Er führte verschiedene Modifikationen durch und legte die Städteansichten im Jahr 1657 in Amsterdam neu auf. Die Civitates Orbisterarum von Braun und Hogenberg sind wegen ihrer kunstvollen Ausgestaltung heute von Sammlern sehr geschätzt. Als Repros sind sie verschiedene Male herausgegeben worden. Auch zahlreiche Kupferstiche der von Dietrich Gramen Neuss herausgegebenen Beschreibung derer fürstlicher Gülischer E.C. Hochzeit Köln 1587 stammen von Franz Hogenberg. Familie In Köln erwart Franz Hogenberg 1585 ein Haus in der Glockengasse. Mit seiner zweiten Frau Agnes Lohmer, die er nicht kirchlich heiratete, hatte er fünf oder sechs Kinder, alle zwischen 1579 und 1590 geboren. Vater Franz wurde 1590 auf dem Kölner Geusenfriedhof begraben. Im flämischen Märchellen oder in Köln lebten im Mittelalter einige Personen mit dem Namen Hogenberg, allesamt Kupferstecher oder Maler. Die Fachliteratur ist sich dabei nicht einig im Hinblick auf die Zuordnung der Verwandtschaftsverhältnisse. Remedius Hogenberg wird überwiegend als Bruder von Franz Hogenberg eingestuft. Deren Vater war Johann Nikolaus Hogenberg. Abraham Hogenberg und Johann Hogenberg waren nach verbreiteter Ansicht zwei der Söhne von Franz Hogenberg. Werke Itinerarium Europae Provinces Kontinens IISGITER LIQUO VELE LEGATIONIS VELE MERCATORE VELE ALIA ES CAUSA SUSCIPI UND LOGE NECESSERIUM Vermutle Stecher Franz Hogenberg Köln Circa 1590 Digitalisierte Ausgabe der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf Geschichtsblätter Köln Hogenberg Circa 1560 zu 1623 bzw. Via Suche nach Druck Franz und Abraham Hogenberg Geschichtsblätter Herausgegeben und eingeleitet von Fritz Hellwig Verlag Ull Nördlingen 1983 ISBN 3.921.503.191 2.1 108 118 7.2 119